so weiter geht's und wir gucken mal was wir als nächstes uns wieder vornehmen können so 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 Ich habe etwas gefunden. ÜLG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Ausweichen erfolgreich. Anhaltende Zinh. Ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ÜLG-Sprung erfolgreich Ausweichen erfolgreich Reeper-Umgang Signal bestätigt ÜLG-Sprung erfolgreich Ausweichen erfolgreich Ausweichen erfolgreich Das war's. Reaper umgang. Ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. ÜLG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgang. DuLG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgang. Ausweichen erfolgreich. 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 Allianz-Kontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianz-Kontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zu Bucht 14, Zakaria-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Nein, 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 nein! Was empfangen Sie? Hören Sie sich das an, Commander. Eine Notruf-Endloss-Schleife von einem Kommunikationsturm. An alle anfliegenden Schiffe. Die Citadel wird angegriffen. Landen Sie nicht. Cerberus kontrolliert alle Docks. Benachrichtigen Sie die Citadel-Flotte. Schicken Sie Verstärkung zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Klang wie Commander Bailey. Wo soll ich die Normandy hinbringen? Andocken fällt aus. Wir nehmen das Shuttle. Los Richtung Hauptquartier von C-Sicherheit. Zu Befehl, Commander. Undo. Undo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Evakuierungsstationen sind derzeit außer Betrieb. Warnung, alle Evakuierungsstationen sind derzeit außer Betrieb. Bayley, wie schwer sind Sie verletzt? Ich bin in Ordnung. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wurde aber auch Zeit, dass die Kavallerie eintrifft. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drinnen Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür, wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel. Sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsher hat Odina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Die Ratsherrin könnte im Büro des Executors sein. Eine Position, die sich gut verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Ich versuch's. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht mir nach Überraschung aus als nach Hinrichtung Wir haben hier skrupellose Verräter Genau wie auf dem Mars Cerberus steht auf Schläfeagenten Für die Hilfsch Tyler Die Tür ist für Ihr eigenes Schuss abgeriegelt. 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 Cerberus, Sie haben ihn nicht mal raus in den Gang geschleckt. Die Tür ist für Ihr eigenes Schuss abgeriegelt. Die Tür ist für Ihr eigenes Schuss abgeriegelt. Gibt es da drin Überlebende? Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Bisher ist für Ihr eigenes Schuss abgeriegelt. Gelingt mir das auch nicht. Oh mein Gott. Bisher ist für Ihr eigenes Schuss abgeriegelt. 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 Bisher ist für Ihr eigenes Schuss ausgeriegelt. 10,000 Euro. Bisher muss der neue Fort miejscunterfeier einlassen ergeben. 5,000 Euro. Einen muss es Ihr eigenes Schuss aufgeriegelt pandem frågen. Für gute anderen Schuss… Be Adaptation zu Eidern. Das war's. 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 Das war's.